Ja, sie spielen eine wirklich klasse Saison. Von Beginn an eigentlich sind jetzt im Hype für einen DFB-Pokal. Wir werden sicherlich auch als Zweiter die Saison in der Bundesliga abschließen. Wir haben sehr intensiv eingekauft, auch sicherlich sehr gut eingekauft. Und man hat immer natürlich gehofft, dass sie vielleicht nochmal eine Schwäche zeigen. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Und jetzt war es in der Euroleague so, dass das für alle sicherlich ein spannendes Spiel gewesen ist, dass es dann so gekommen ist. Damit hat man nicht unbedingt gerechnet. Ich glaube auch nicht, dass es Auswirkungen auf die restlichen Spiele in der Bundesliga haben wird. Und am Ende werden sie wahrscheinlich, wie gesagt, als Zweiter abschließen, haben eine gute Möglichkeit, ins Endspiel zu kommen, im DFB-Pokal. Und dann kann man schon von einer herausragenden Saison sprechen. Und dass das ein Verein ist, eine Mannschaft ist, die auf Jahre halt auch oben mitspielen werden. Das war eigentlich auch, oder die Möglichkeit haben, das war eigentlich schon vor der Saison auch eigentlich klar. Und jetzt hat sich das wirklich auch nach langer Zeit dann auch mal wieder stabilisiert.